ARD Text im Auftrag von Funk Ich laufe jetzt hier auch ganz cool, lang am Rand der Welt, spring auf diese Kiste und Sniper, ich habe die Falsche ausgewählt. Vielleicht habe ich ein Fußball-Ticket gekauft. Da unten läuft jemand. Ich will markieren, ich hasse es, ich will immer markieren. Ich bin zu blöden Blitzsoldaten auszuschalten. Gibt doch nicht. Ich muss hier auch gerade mal Escape. Oh fuck you! Ist das dein Ernst? Ah, diese... Wieso ist denn hier ein Werkszustand? Ich wusste gar nicht, dass wir heute gegen dumme Nutten spielen. So, jetzt gehts los, Freundchen. Sie sind alle hier oben. Ich bin nicht zufrieden damit, dass meine Einstellungen nicht übernommen wurden. Franz, ich weiß nicht mehr, wo du bist. Ich habe dich vorhin kurz gesehen. Jetzt bist du weg. Wo bist du Franz? Ich muss meine Maus empfehlen. Okay, lass links rumlaufen. Hier ist irgendwas durchs Haus gehirscht. Da ist ein Spieler. Ich wurde von hinten geschossen. Töte ihn. Besser. Nicht markieren. Töten. Ich habe ihn getreten. Hier ist noch jemand. Töte sie alle. Ich habe ihn getötet. Der ist dein Held. Ich liebe dich. Ich dich auch. Willst du meine Frau werden? Ja. Da ist noch ein Spieler. Wo? Da. Ich habe mich einmal getroffen. In meiner Hose. Nein, doch nicht. Ich kicke ihn jetzt auch. Komm, ich kicke ihn weg. Ich wurde von hinten erschossen. Da kommt noch einer. Was, wo? Oh, fick dich doch. Das war mein Bild. Nein, ich bin tot. Aber warum mache ich meinen Sniper-Sniper nicht mehr so wie er war? Das habe ich eigentlich jetzt gerade gewählt. Ich wähle immer irgendwelche Burn Cards und lese mir gar nicht durch, was sie überhaupt machen. Ich habe mich noch gar nicht mit dem beschäftigt. Instant tot. Einerseits. Instant Burn Card. Ich meine Instant tot Burn Card. Der, ja. Der große Unterschied ist, hier in diesem Modus, dass es eben alles zählt. Man kann halt auch einfach die NPCs abschießen. Und das zählt eben auch für diesen Modus. Sprich, wirklich tatsächlich alles wegballern. Dann können wir halt auch da Luft gewinnen. Titan, Titan, Titan. Titan, ich mag die Titan. Okay, ich nehme wieder meine Smart Pistol. Dann treffe ich auch mal was. Komm schon, lass mich auf den Titan. Oh ja, oh ja. Oh nein, oh nein. Das ist mir egal. That's what she said. Lass mich auf deinen Titan. Ach. Wieso hat mich hier jemand von hinten beschossen, obwohl da ein Mitspieler ist? Ich muss hier hoch. Weil hier alle für sich spielen. Hier spielt niemand gemeinsam. Ich spiele mit dir. Und deinen Gefühlen. Wo ist er hin? Hat der auch Rauch oder was? Oder steigt er? Schießt auf den Titan, wenn ihr das seid. Schießt auf den Titan. Ich seh' keinen Titan. Ich seh' mehrere Titans, aber kein Fightbox da ist ein feinlicher. Der ist tatsächlich ausgestiegen. Der hatte zwei Titans sind neben sich und der steigt aus, um mich zu töten? Ja. Oh, dämliche Nutten. Wo ist denn meiner? Basti, du bist grad explodiert. Ich bin nicht echt so lieb. Ich bin da. Ich bin... Ah! Ich bin überfahren worden. Ich bin auf dem Titan. Yes! Frisst meine Autopistil. Smartpistil. Komm her, Autopistil. Er ist ausgestiegen, verdammt. Smart Autopistil. Ich hasse es, wenn sie aussteigen und dann mich töten. Ich muss weg. Unsichtbar. Ich programmiere mal eben die Spectre hier um. So. Die kämpfe für uns. Wunderbar. Auch meinen Titan. Schnell. Ja, sind das jetzt deine, ja? Ja. Sehr gut. Komm her, Titan aus der Hölle. Die Zeit habe ich nicht gesehen. Hier. Dead Bitch. Und jetzt so Transformermusik. Das wird doch geil. Down, 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 down. Das ist fuck. Wupp. Dankeschön. Der Typ ist abgesprungen, ne? Ich bin irgendwie schon längst tot, glaube ich. Ich rube mich rum nur nach nichts. Ich bin tot. Franz, direkt neben dir steht ein Titan. Ja, ich muss hier aber gerade mal irgendwie Spectre umrennen. Hier sind gerade Dinge geschehen, die ich nicht verstanden habe. Es ist nicht so schlimm. Schrammer. Das passiert mir im Leben ständig. Da wollte ich ihn in die Luft sprengen und dann... Oh, Franz. Ich hab dich gesehen. Ich seh dich. Hi. Oh Gott, ein Titan. Ich bin aber fett gedodged und jag ihn den Titan. Ich werde dich kriegen. Ich bin tot, ja. Er hat mich auch gejagt. Ey, ganz ehrlich, die Titans gehen mir richtig auf den Sack gerade. Ich bin auf den Titan drauf. Er scheiß, er drauf. Au. 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 Ich bin genau in diesen Scheiß hochgegangen. Das gibt doch nicht. Nein, hier. Wir waren einfach da, da kann ich nicht machen. Ich hab Schrammer auch gerade gesehen. Ja, ich musste bloß weg. Schrammer, bist du im Spielsalon oder sowas? Ich bin hier, weiß ich nicht. Hier ist ein Getränke... Ja doch, das könnte sein. Hier ist ein Kiosk oder so. Ja, sag ich doch. Hier ist aber kein Spielsalon. Hier ist ein Kiosk. Au. Ganz ehrlich, ich weiß, dass das Spiel Titanfall heißt. Und ich weiß, dass jeder Motherfucker hier... Basti, warte mal. Ich will auf deinen Titan springen. Was? Ich bin nicht. Der läuft alleine rum. Ich bin nicht. Ich komm in deine Richtung. Au. Nee, ich komm. Renn, Franz. Renn. Au. Nein, das ist ein Titan gewesen. Ja. Auf den springe ich jetzt. Na gut, dann schießt er mich halt in... Also, um meinen Rage-Modus weiterzuführen. Ich weiß, dass dieses Spiel Titanfall da ist. Und ich weiß, dass jeder Pimp hier irgendwie einen Titan haben will. Aber ich lass mich doch hier nicht zu 90% von Titans töten. Was soll denn das? Ich weiß nicht, aber ich hab jetzt wieder meinen Awesome Titan. So, Bitch. Ich bin Tank. Na. Boah, fick dich einfach. Diese beschissene Fickscheiße. Ich töte jetzt einfach alle. Ich hab jetzt drei Titans. Das ist nicht fair. Ich bin alleine. Oh, ich komme. Ich bin bei dir. Wo bist du? Ich bin ein Titan. Warte, ich steig auch nicht drauf. Hä? Das ist keine gute Idee. Schrammo, komm zu mir. Schrammo, komm zu mir und dann renn weg. Oh, ja. Ich seh's. Ich kann nicht. Er ist direkt vor mir. Lauf! Ich muss raus, 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 raus. Ich glaube, ich hab grad zwei Titans in den Tod geschickt oder sowas. Ja, und mein Titan ist auch noch hochgegangen und auch noch einen mitgerissen. Das war gut. Sauberst. Muss weg. Man muss nicht zusammenspielen, man muss sich nur zusammen opfern. Siehste? Ja. Hat super funktioniert. Ist das nicht die Taliban-Taktik? Na, ähm, aber ohne Titan. Ja. Wir wurden wieder mal besiegt. Oh, schon wieder? Ja, aber ich bin da auf dem Titan. Diese verdammten Rauchmenschen. Schrecklich, ne? Jeder, jeder nimmt den gleichen Titan. Das gibt ja nicht. Weißt du, normalerweise hab ich kein Problem mit Rauchern. Weißt du, aber hier gehen sie mir echt auf die Eier. Bitch. Ja, das hat genau gepasst. In dem Moment hab ich einen erschossen. Ja, ich hab einen weggetreten. Ich bin übrigens tot. Das ist schön. Ich guck dir jetzt zu, Franz. Du bist jetzt in der Action-Cam. Okay. Ich mach jetzt so eine Matrix-360-Slow-Motion-Kamera. Bitte aber mit linken Farbenmusik oder so. Und dann nur, nur crit. Ah, hör auf. Und er ist unsichtbar. Und da hüpft er. Und, und, ah. Durch den Spectre hindurchgelaufen. Und jetzt, ah, auf den Titan drauf. Und dann macht er knickknack. Scheiß auf diese... Zehn Sekunden bis zum Abflug. Oh, komm, komm, komm. Rauch, rauch. Runter, 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 runter. Nein, 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 ja. Hoch aufs Dach. Du schaffst es bis zum Abflug. Das kriegst du hin. Okay, das Flug ist dann kaputt. Du wirst alle töten, nur schaff es. Schnapp dir deine Granate. Ich hab, ich hab irgendwie keine Granaten. Ah! Du hast überlebt. Ich hab grad noch gezielt. Ah, du hast überlebt. Ah, du bist da. Vier Titan-Kills. Ich hab nur zwei. Läuft. Langsam, komm ich wieder rein. Ich hab nur null. Ja, du musst halt mehr upen, Basti. Du musst nicht mehr upen. Ich bin Platz 1 gewesen, Freunde. Da muss ich nicht mehr upen. Noob! Das ist in der Nubigkeits-Skala Platz 1. Ja, vor allem wird es keinen Titan-Kill. Es geht hier um Titans. Das Spiel ist Titanfall. Aha. Du tötest mit Titans und wirst getötet von Titans. Also musst du auch töten mit Titans. Es geht hier um Titans. So, jetzt kann ich auch die Artillerie nehmen, ja. Okay, was macht der? Was hat der Besonderes? Der kann dreimal schnell springen. Und der hat halt so... Verstehst du? Aber voll. Warp-Vollsender? Der Titanfall-Sender beschleunigt deinen Titan dank Kurzstrecken Warp-Techno beträchtlich. Beträchtlich. Was bringt mir das? Wo kann ich meine Burn-Cards nehmen? Da ist auch Burn-Cards. Keiner braucht Burn-Cards. Kannst du, glaub ich, erst ab Rang... Irgendwas... Ja stimmt, da war was mit dem Rang, ja... Ich hab... Ich hab drei offene Slots, aber ich hab noch keine einzige Burn-Cards benutzt. Ich hab keine Lust, die zu benutzen. Ich hab mal Kartenspiele nicht. Ich hab auch keinen Hearthstone. Ich find das immer voll schlimm, ja. Und ich spiel immer eine Karte im Verteidigungsmodus, aber ich sterb trotzdem. Hab... 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 Ich wollte einfach die Zeit hier ein bisschen überbrücken. Das dauert immer so lang zwischen den Matches. Schrauma hat mich gerade reportet dafür, dass ich gesagt hab, shut the fuck up. Ja. Nee, du hast STFU gesagt, das heißt, das ist eine deutsche neue Partei. Ja. Ich werbe hier quasi. STFU. Ja, same time for user, ne? Sexy time for user, find ich besser. Uh, sexy time for user. For you. Das wird meine Erklärung sein. Sexy time for you. Hi, sexy time for you. Ich sollte mir das aber auf dem T-Shirt drucken lassen. Vorne STFU hinten drauf, sexy time for you. Mhm. Aber nee, nicht auf dem Rücken, denn das sieht seltsam aus. Oh, das kenn ich. Das ist Angel City. Was spielen wir? Angel City, ja. Ja, Angel City. Titan, last Titan. Oh, nooo! Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Wo gehen wir lang? Links. Ich kann den Titan noch wechseln, ne? Ich glaube ich. Panzer? Ja. Äh, ich lauf hier lang. Sexy time for Bastille, dann bin ich hier richtig. Ich hab jetzt mal den Tank genommen. Der ist gut für sowas. Ja, auf jeden Fall. Dann lass mich auf jeden Fall vor. Bastille lass mich vor. Okay. Ah, du hast die Plasma Gun, die hab ich auch. Ja, ich bin mir nicht so sicher, ob die was bringt. Ja, es ist, es muss halt zielen und treffen. Ja. So, ich guck mal um die Ecke. Ja, ihr seid da. Nichts für mich, zielen und treffen. Ich unterstütze von rechts aus. Oh Gott, da kommt was um die Ecke. Ich mach mein Schild. Der kommt gleich was hin, rüber geflogen. Jo. Da kommt was von der Seite noch irgendwo, glaub ich. Verdammt der Hack. Fuck you bitch. Okay, weg hier. Der explodiert. Ja, er ist ausgestiegen. Okay. Pass auf. Ist er auf dem Dach oder was? Ich weiß nicht. Er ist irgendwo hier in die Richtung geflogen. Da ist er unsichtbar gerade. Wir können uns ja gegenseitig dann. Okay, hier am, am Hafen. Ich geh vor. Oh, bei mir ist er, bei mir ist er, bei mir ist er. Schießt mich an, schießt mich an. Wo bist du? Hier, direkt vor dir. Ich hab doof geschossen. Er ist wieder abgesprungen. Er ist direkt vor dir auf Boden. Ah, auf und nach. Schnell. Nein. Erst weg. Die kommen von dort, wo wir herkamen. Wo? Den dreh ich um. Die kommen von dort, wo wir herkamen. Wo? Ich seh ihn, du meinst. Franz, du bist zu hart explodiert gerade. Ich weiß. Franz, du bist kaputt. Oh, er hat mich rausgenommen. Vorsicht. Schade. Ich wollte gerade explodieren. Ja. Aber das in der Titan nicht explodiert, das ist für mich ein Unding. Ich bin im Elektro-Rauchen, der wird sich mit mir prügeln. Ja. Denkt er, wer ist? So. Wie, wie. Dann auch noch. Woah. Ah. Oh. Oh. Ja, der stirbt. Down-Kollege. Ja. Er ist ausgestiegen. Ja, ich weiß nicht, wo er ist. Oh, oben. Oben immer. Und direkt vor dir. Direkt vor dir. Rauch einfach. Ja. Auf dir. Auf dir. Hinter dir. Er ist tot. Alles gut. What the fuck? Du hattest ihn nicht überlaufen? Nee, hab ich auch gedacht, aber. Du bist direkt in ihn reingeswitcht. Hier irgendwo war noch einer. Wo ist er denn? Der Titan, der Titan. Ich hab ihn. Da ist der Titan die Straße runter schrauben. Hat er. Bam. Bam. Da bin ich richtig ins Gesicht geschossen. Warte, kann ich hier irgendwie schreiben? Take this bitches? T. T. B. Musst du schreiben. Hey. Habt ihr gemerkt, wie ich darüber nachdenken musste, während ich es ausgesprochen habe? Take this bitches. Welche Buchstaben sind das denn nochmal? T. T. B. So. Ich geh jetzt rechts lang. Du gehst rechts lang, dann komm ich direkt mal mit. Unter der Brücke durch. Alles andere macht ja keinen Sinn. So. STFT würde ich mal sagen. Sexy Time for Titans. Yes. Los geht's. Unter der Brücke lang oder weiter? Weiter. Lass uns weiter gehen. Da kommen wir. Weiter, weiter. Wow. Großes Projektil. Ich nehm links das Zeug. Guck mir vor wie ein Magneto. Hab auch einmal drauf geschossen. So. Ich opfer mich. Ich opfer mich. Nein, tu's nicht. Doch. Franz, es bringt doch nichts. Doch. Und wie das was bringt. Nein. Das gibt's doch nicht, Alter. Da stehen aber auch 5, 6 Leute, Mann. Und du rennst da voll rein. Ja. Ich hab den Titan. Der explodiert. Ich hab den Tank. Aber... Boah, ich... Bevor ich aussteigen konnte, haben sie mich natürlich rausgezogen. Hat der natürlich nix gebracht, ey. Wann der Scheiße. Hab hier einen in der Ecke. Der... Steckt... Oh, dich passt die rechts rechts oben. Ja, ich krieg gerade richtig aus dem Maul. Ja. Alter. Ich geh down. Ja. Ich bin ausgestiegen. Ja. Spring auf ihn drauf. Los. Ich versuche es. Nein. Nicht in ihn drauf. Wo bist du? Wapp, 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 wapp. Ich flankier sie. Zeig mal, wo ist denn... Wo ist er denn? Wo ist er denn der Schramo? Warte mal hier. Schramo ist im No-Fight-Ball. Da ist Schramo. Ja. Was tut er? Sehr gut. Er fängt. Sehr gut. Voll daneben geschossen. Voll schlecht. Aber, aber. Ich finde diese Plasma... Schramo, die kommt von links. Vorsicht. Jetzt von rechts. Ah. Hinter dir. Ich hab mein Schild. Oh mein Gott. Wird er auseinandergenommen. Werden wir... Oioioi, Schramo. Da bist du jetzt aber totmisch. Ich mein. Das ist schon ziemlich... Naja, sagen wir, ich hab vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Ja. Ich fürchte, wir haben ganz schön krass verloren jetzt gerade. Ja. Die haben noch sechs Titans. Sprich, alle. Ja, Mann. Die haben alle Titans. Wer hätte da gefeedet? Weiß ich nicht. Wahrscheinlich war da... War da irgendwer AFK vorhin. Ja. Oder irgendjemand ist einfach blind reingerannt. Ey, hätte ich das hingekriegt, wären... Wären drei, vier Titans wirklich... Hätte, hätte, hätte. Massiv... Hätte, hätte, Fahrradkette. Lauf! Echt mal! Spocky! Wieso stehen wir alle rum? Verarschen! Bam, bam! Boah! Ich konnte... Ich konnte an Spocky nicht vorbei. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt hier rechts lang. Rechts? Schrammo steht natürlich auch wieder im Weg und schlägt mich. Stellt euch das jetzt mal im Krieg vor. Fünf, fünf, sechs Leute. Alter, lasst mich doch mal durch. Da ist ein Titan. Ja. Leiten. Mehrere. Schilde hoch. Und zurück. Fuck. Weg, ausweiten. Scheiße! Scheiße! Franz, du Opfer sich grad wieder. Nein, 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 nein. Von der Seite kommt auch noch einer. Das ist schlecht, weil dann Opfer... Oh, der macht auch nicht bum bum bum. Ja. Alter! Die Hände, der das. Diese Waffe ist so kacke. Schild aufladen, Schild aufladen! Ich bin tot. Also mein Titan. Okay. Stirb nicht Basti, stirb nicht. Ich versuch. Ach. Auf manche Häuser kommst du rauf, auf andere kommst du nicht rauf. Ist doch echt schlimm. Okay, ich opfer jetzt meinen Titan auch einfach. Er geht hoch! Er hat nicht mitgenommen. Obwohl ich nach hinten gehüpft bin. Wo? Jetzt zieht mich niemand raus! Oh! Ne, die haben noch zwei Titans mehr. Das wird so wieder wahrscheinlich nichts. Ja, der geschieht. Die sind dort, wo du vorhin gestorben bist. Ach da. Warte mal. Komm schon. Die kriegen wir down. Was habt ihr denn für eine Anti-Titan-Waffe? Ich hab die, äh, nicht diese, die man anvisieren muss. Die nervt mich tierisch. Die ist aber mega stark, ne? Ja. Ja, aber... Ja, das war Glück. Bei mir ist es so oft so, dass die dann genau, wenn ich anvisiert hab, irgendwo um die Ecke laufen oder so eine Scheiße. Das nervt mich tierisch. Und wenn mir plötzlich ein Spieler gegenüber steht, dann stehe ich halt auch da und denke... Und bin tot. Guck mal, ich mach bum bum mit dem Ding. Bum bum. Ich nehm meinen anderen Titan jetzt. Ich nehm, glaub ich, meinen eigenen? Ne. Nur die Artillerie. Titan Loadout. Artiller Miss. Ich laufe rechts lang. Ich folge dir. Ich seh dich nicht. Ich geh euch... Ich geh euch... Ich geh euch... Ich geh ganz rechts lang. Ach, da hinten ist... ist Quasti erstmal. Ich mein, Franz heißt er. Ich schieß einfach schon mal in die Richtung. Ich bin direkt hinter dir, Franz. Ich seh keine Sau. Oh, oh, Schildhof Franz. Ich weiß. Und Feuer frei. Lass mich durch. Ja, der ist um die Ecke. Dann fang ich. Hm. Dann hätt ich die gefangen, hätt ich... Ich schieß einfach schon mal. Ja, der kommt direkt rum. Von rechts kommt niemand? Du Nab. Ich geh... Ich geh rechts rum und komm von hinten. So, Schramo. Wenn du... Wenn du hast, dann komm zurück. Okay. Ne, hat er nicht. Hallo? Was ist hier los? Von links kommt einer. Okay. Kommt von der anderen Seite. Nicht nur, da kommt drei. Ja. Ich muss hier ausweichen. Bin mal ausgewichen. Oh, der will's aber wissen, du. Oh mein Gott. Ich bin so gut wie tot. Ich wurde gerade in die Zange genommen. Schramo, lauf dahin. Lauf. Lauf und lauf weg. Ahhhh. Habe ich die ganze Scheiße abgekriegt. Ja. Ich hab noch mal... Oh, da verfolgt dich einer. Ja, ich weiß. Der kann mich auch mal am Arsch lecken. Der wird jetzt auch direkt zerfistet. Ah, shit. Du grüßt. Du grüßt. Ich bin... Oh, ich hab einen Titan gedummt und ausgeschaltet oder sowas. Ja, und ich hab einen Piloten Assist. Oh, hier. Kommt einer um die Ecke. Zwei sogar. Oh, warum... Von wem wurde ich denn beschossen jetzt? Ach, von dem Motherfucker. Ahhhh. Ah, Nerven. Ich bin tot. Hoch, hier. Hoch, 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 hoch. Bin ausgestiegen. Verrückt, ob ich irgendwann landen kann. Na. Yes, Rodeo. Ah, fuck you. Nebel, 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 Nebel. Ah, die haben schon wieder noch 4 Titans, ne? Das ist unglaublich. Ja, ich brauch diesen verdammten Rauch. Aber dafür muss, glaub ich, das Schild opfern. Ja. Und das nervt mich so ein bisschen. Das Schild finde ich eigentlich recht geil. Ich bin der einzige noch. Mhm. Ich bin auf dem Titan drauf. Ja, das noch genau hinter dir. 4 Titans. Ja, das war's. Alter ey. Mäh, aber ich bin ewig. Wir sollten vielleicht mal die Lobby wechseln. Was? Das nur mal so als kleiner Vorschlag. Ich mein, wir kriegen hier seit 4 Runden auf den Sack. Achso. Ja. Ja, ist so eine Titanfall. Äh, Titan, äh, Last Titan Standing haben wir gewonnen. Näh. Ja. Aber, ähm. Die Rush war nach vorne, das ist ne gute Idee. Ach, warum war hier schon ein Frontsoldat? Aua. Wand. Da kommt einer. Da kommen 3 oder 5. Wo? Direkt von vorne. Ich hab die ge- Wo? Ach, das mache ich. Ausweichmanöver und gehen einen anderen Weg. Ich hab die dahin gelockt. Ich schnapp die mir von hinten jetzt. So, meine Freunde. Komm schon, du Arsch. Ah, das Basti. Komm um die Ecke. Komm um die Ecke. Ich springe auch um die Ecke. Wo sind ja noch nicht? Da hinten, da wo ich hinkucke. Mist. Kommt keine Sau. Ich soll mir Deckung suchen, sagt hier die Frau in meinem Ohr. Und? Hat sie recht? Weiß ich nicht. Ich hab noch keinen Schild. Komm an deine Richtung. Ich bin bei dir. Hallo, ja direkt hier um die Ecke sollte einer sein. Aber ich glaub der ist auch nicht. Ja, da ist einer. Da sind glaube ich sogar zwei. Okay. Von hinten, von hinten, von hinten, von hinten. What? Nee, von hinten seh ich nicht. Okay, wir sind so wie wir an unterschiedlichen Stellen. Das, äh. Ich bin down. Mein Titan. Oh, ich kann da schon was frankieren. Franz, wir kriegen hier aber gleich, wenn gleich die Mangel genommen. Woah, fuck. Ey, der hat diese Impulswaffe, ne? Das ist ganz schön kacke. Vorsicht, Stromo. Ja. Ich mach hier ein Rodeo gerade. Ich versuch's zumindest. Und bin tot. Nee. Dash vor. Geh rein. Okay. Ich muss nachladen. Fuck. Nicht so schlimm, ich dash rein. Schild is down. Schild is down. Ich wusste gar nicht, dass wenn man mit nem Sidewinder, wenn man oben auf dem Titan steht, auf diese offene Stelle schießt, dass man sich dann selbst tötet damit. Ja. Ja doch, du kriegst natürlich Explosionsschaden. Ist doch scheiße. Ich muss raus. Bin ich der letzte Titan? Ja. Ich hab ein Viertel Balken oder sowas. Ja, das stimmt nicht. Du hast doch nur noch 5 Gegner. Na, Lauf! Ohhhh. Lauf sagt er und guckt in die Ecke. Ja, ich hatte ein bisschen was anderes geplant, als ich dann dahin geguckt hatte. Ja, dann lass aber jetzt mal die Lobby hier wechseln. Ja, bitte man. Ich war übrigens gut. Ein Applaus für Schramo. Der war gut. Ja.